Hallo und willkommen bei einem neuen Part bei Super Mario 3D World. So, heute in diesem Part wollen wir mit einem von diesen beiden Level jetzt hier mal anfangen. Ich sage mal, ich mache erstmal das Level hier. Cool, so ein Winter Level? Mann! Okay, wer unbedingt an diese Box? Okay, Feuerblume kann ich mir ganz gut gebrauchen. Gut, den bekommen wir dann aber leider nicht los. Ich soll ganz kurz bevierter Katze-Outfits. So, probieren wir mal da hoch zu gehen. Da oben ist doch bestimmt irgendwas. Okay, man kann bis aufkommen. Was ist da? Okay, aber nur ein paar Münzen da oben. Gut, das war sehr knapp. Gut, drin hätte wir nichts. Okay, damit bin ich irgendwie dran vorbei. So, klappt ja prima. So, wieder die Feuerblume. Cool, das Eis. So, dann drehen wir jetzt den Goomba. Okay, damit bin ich sogar fahrer. Okay, hier hätten wir nichts. Also können wir weiter rüber fahrer. Nein, da vorne kam also Runterfall. Habe ich gar nicht gewusst. Blöde Luft. So, Mario, auf was Neues. Ha, ausgetrickst. Okay, versuche ich mir ganz normal. Hier dich mal nicht erwischen lasse. Hm, verdammt. Okay, der holen wir uns. So, runter. Okay, so kommen wir da ein Prima lang. Und den Weg da vorne kommen wir also hoch. Nein. Mann, wie ist das Heißluftding? Ist das Ding uns weggegangen? Diese komische Wolke da. Ich bin auffuß zur Blase. Okay, sehr gut. Da oben haben wir den nächsten Stern. Na. Ach, verdammt. Wenn die Luftdinge hier nicht wäre, dann wäre alles gut. Sehr gut, jetzt mal auf. So, ich warte am besten, bis ich die aufhöre. Und danach gehen wir da hin. Jetzt. Nein, leider nicht erwischt. Okay, versuche ich mir ganz normal. Bekomme ich leider nicht. Komm, dagegen laufen, Mario. Na, ich will das Item habe. So, jetzt will ich das aber habe. So, vieler kommt mir da mit der Gumbaya hoch. Für den Stern zu bekommen. Und weg bist du. Verdammt. Ich darf da mal keinen Fall irgendwo gehen kommen. Ah, sehr gut. So, kommen wir sogar die Sterne bekommen. Aber leider ein Item verloren. Komm, gehen wir hoch. So, haben wir es. So, wir warten, bis er wieder aufhört. Und runter mit uns. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Oh, das war knapp. Haus Scharf. Sehr gut, schon die Hälfte. Und der erste Stern bekommen wir haben hier natürlich schon. Da vorne hätten wir den nächsten. Den holen wir uns. Verdammt. Aber dafür den nächsten. Okay, versuche ich mir das mal sohle. Jetzt vielleicht. Nein. Ich müsste da auf jeden Fall da runter springen, wenn die Luft da nach oben gehen will. Auf jeden Fall. Okay. So, jetzt einfach zum Drahtaus. Gut, schälen wir mal. Oder nicht? Mal gucken. Gut, also 5 Sekunden, bis die Luft wieder nach oben geht. Okay, 1 Sekunde früh. Ansonsten hätten wir es gepackt. Na gut, dann benutzen wir wieder Item. So, das ist schön dort bei uns. Und ja, haben wir. Okay, den zweiten Stern habe ich irgendwo übersehen. Ich würde gerne mal einen Konta hinkriegen, wo ich den zweiten Stern vermute. Dann hol ich den auch noch. Okay, wäre mir schon ein Ziel. Sehr gut, die goldene Fahne. Also, mal ganz guter Anfang. Wir kommen jetzt langsam immer näher an dem Bowser Schloss. So, da vorne hätten wir ein Pilzhaus. Warum auch nicht? Können wir ja machen. Den kleinen Kopf bitte. Gut, was holen wir? Wir holen das hier. Ja. So, sind wir prima ausgerüstet für das nächste Level. So, vorne haben wir noch ein paar Münze, die wir mitholen können. So, die hat ein sehr tolles Bild gemalt. So, machen wir es mal. In den nächsten Part kommen dann, wenn du, äh, dann ein Bowser Schloss machen. Oh, yeah. Okay, die Kamera geht also ständig wieder mit. Also, müssen wir auch schnell genug dafür sein. Verdammt. Das war ziemlich doof. Ah, das Stempel. So, komm einfach rüber. Gut, da rastet wir das. Jetzt aber schnell. Natürlich. Game over Mario. Gut, dann nochmal. So, ganz alleine, ohne ein, ohne ein Item. So, jetzt aber wieder. So, immer so schnell. Bei der Kamera kommt das ziemlich schnell mit. Aber diesmal ziemlich langsam. Oh, komm, hör ab. So. Beide ich mal. Gut, bis hier wehren wir schon mal. Und. Sehr gut. Habt schon gedacht, wir bekommen hier das Ding, ähm, jetzt. Weil da eine Wolke im Weg ist. Dafür natürlich einfach nicht die Stampfantacke. Okay. Hier auf jeden Fall schneller. Hm. Okay, da war ziemlich knapp. Aber komm, es will ich es habe. Bekommen wir es? Bekommen wir es? Ja. Bekommen wir. Gut. Auf jeden Fall. Ich muss mich sehr stark konzentrieren jetzt. Weil. Die Dinger hier, die da unten hier hochkommen, machen mich ziemlich nervös. Gut. Tag, Mario. Nein. Nein. Was jetzt? Gut. Mann, oh Mann. Jetzt. Komm. Mario. Renn. Zu die Tür. Leute, wir haben jetzt noch gepackt. Hab gedacht, wo die Tür da unten zu ginge, kommen wir nie wieder weg. Aber, Gott sei Dank, kam ich doch noch nicht weiter. Okay, um Biri mal eine goldene Fahne zu bekommen. Falls an dem Mario überhaupt möglich ist. Und Mario rennen. Okay, komm. Mit einem kleinen Mario kann man keine goldene Fahne bekommen. Also ziemlich schwer. So, ein neues Tempel hätten wir. Gut, da hätten wir wieder Bau das Schloss. Gut, ich gehe aber erstmal in diese Röhre rein, vor dem ich jetzt ein Bau das Schloss machen werde. Okay. Ich glaube, das ist der Hinweis, wie ein brauer Piet. Guter Hinweis. Wir benutzen mal den Hinweis aus. Von das Bild. Mir soll ja nicht doof sein. Also benutzen wir Piet. Hm. Okay. Schneller. Gut, der hätte wir. Und weiter geht's. Nein. Verdammt. Wie kommen wir denn da ran? Okay, direkt nochmal. Mann. Gut, einfach so kicke. Nein, das bringt so nix. Okay, ein neuer Versuch. Alter. Okay, wir versuchen wir es hier erstmal. Okay, so geht das. Okay, so geht es auf jeden Fall besser. Okay, so geht es auf jeden Fall besser. Nein, nicht schon wieder. Okay, der Ball muss auf jeden Fall höher gehen. Sonst geht das nicht. Am besten mit einem Sprung. Okay, am besten so. Nein. Okay, holen wir den mal. Gut, damit muss es auf jeden Fall funktionieren. Da können wir das Schleiß einfach runterfliegen. Entfernen, dass es gehen würde. So, Anlauf. Und so. Sehr gut. Der hätte wir. Okay, diese Räte sind jetzt nochmal etwas schwerer. Nein. Ach komm, direkt nochmal. So, auf geht's. So, der hätte wie wie immer. So, gehen wir so rüber. Der ist einfacher für uns. Verdammt. Mann, so bekomme ich das Ding nie. Das Levy wirklich schwer. Komm, einfach hier weiter. So. So müssen wir auf jeden Fall das bekomme. Wie man das andere Teil bekommen soll. Auf gar keine Ahnung. Komm, einfach mal so. Nein, das bringt so nichts. So, Cosmo Versuche. Probieren wir kurz mit dem Ball. Okay. So muss das gehen. Okay. So muss das gehen. Mann, nochmal. Mann. Mann, hier hat man echt wenig Zeit dafür. Okay. Auf ein neues. Komm, jetzt aber. Nein. Voll daneben. Okay. Ich möchte nur noch hier hochkommen. So, da kommen wir so rüber. Okay. Der Ball hat so ein Lady für uns. Genau, so machen wir jetzt auch. Sehr gut. Das ist der Nied mit mir. Ah, komm. Das ist unfair. Mann, Leute. Aber es ist ziemlich unfair, damit ich da nicht hochkomme. Und damit wir da an Zeit nur die Bälle benutzen. Und alles andere ist... ...son Dummheit. Gut, das wäre erledigt. Komm einfach so rüber. Nein. Sehr gut. Da war es ziemlich knapp in der letzten Sekunde. So, jetzt. Gut, da war er auch ziemlich knapp. So, versuche ich mal das nächste. Nein. Mann, gut. Dann gehen wir dann mal raus. Hier fehlt uns nur noch der letzte Stern. Den machen wir irgendwann mal. Dann gehen wir hier erstmal weg. Ey, gut. Die Sterne. Die vier Sterne, die wir bekommen haben, die wurden hier zugesellt. Nur der letzte Stern. Dann, gut, holen wir das nächste Mal. So, und dem Bau des Schloss, führen wir das nächste Level, was uns erwarten wird. Wir zeigen zu einem rosa Level. Ja. Dann machen wir auf jeden Fall nächstes Part. Diese Level hier. Gut, Leute. Bis dann und haut rein. Bis dann. Bis dann. Bis dann.